Hallo ihr Lieben, wie sind wir da? Und ich hoffe wir Machen den letzten Dungeon jetzt? Oder sterben dabei? Eins von beiden Ich mach's spannend Ich bin nämlich immer so aufgeregt dass ich so ne Scheiße baue und denk mir dann beim Denk mir dann beim Video angucken was hast du da gemacht Das würde ich ohne Kamera und ohne diese dieser Druck eventuell sterben zu können nicht tun Also seht's mir bitte nach wenn die Reise etwas... Toll, geil! Genau das! Ach, ich krieg gleich schon die Krise Jetzt komm 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 komm, sterf, 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 sterf sterf Ich habe schon einen auf einen Schraub an ein Nein! She finished him? Fuck schon wieder, ey. Nein, ich krieg sie schon wieder auf den Pässe. Ich finde es gut, dass die hier für Anfänger so ein bisschen leichter sind, die gehen. Out of the way, ja, ja, ich habe es auch gerade gedacht. Oh, Mensch, Leute, auch hier, das war dumm von mir, wie ich das gemacht habe im Nachhinein. Äh, hä, wo muss ich eigentlich hin? Was ist das? Und alle Einstellungen sind wieder zurückgesetzt, die ich eben eingestellt habe, das ist doof. Also hier bin ich wieder rausgekommen. Dann muss ich doch da... Oh, was ist das? Ach so. Ja... Ich muss gucken, was ich jetzt? Also. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh! 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 Die wird mich auch challengen. Nehme ich mal stark ein. Okay, das kann ich von mir noch nicht aufmachen. Das macht einen immer irre. Okay... Ich glaube, ich muss das hier hinten finden. Ah, komm, ah, jetzt geht's Dieser Sound macht ein irreeres bisschen Die Gegend hat sich doch geändert, ich konnte eben hier nicht runter, oder? Die Treppe war eben auch nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist mein Gesicht. Da. Ein bisschen, ein bisschen. Das merkt man immer daran, wenn die Dinger um einen rumfliegen. Ja, ja, das meine ich. Oh, hier ist es irgendwo ein Stückchen. Ja, das ist ein Stückchen. Gute, in der Realität wird das doch überhaupt nichts bringen. Ach, hier kann ich noch weiter. Da jetzt. Hallo? Nöööööööööö Nicht das? Ich kann das doch von hier aus so sehen, oder nicht? So, jetzt habe ich noch einen. Jetzt bestimmt da oben, oder? Das war jetzt aber einfach. Hat sich nur dadurch durch die Länge gezogen, weil man hier so viel machen kann und zuhören kann. Abgelenkt war. Aber jetzt wirklich geschoben. So, jetzt können wir hier die Abkürzung nehmen. Das war doch ein einfaches Rätsel. Jetzt geht's weiter. Ja, jetzt gucken wir mal. Das ist so gut. Der Gage ist öffnet. Let's go. Eila? That's hella. He is trying to heal her. Lex-me-den-moege. I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Yeah, that was super close. Oh my god. Me, me, me. Sie sagen, dreams sind die Erinnerung von unseren Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen, als gesehen von unserem Inneren Eye. Aber was ist, wenn uns jeder von uns immer träumt, selbst wenn wir wunderschön, und wir nur sehen, was unser Inneren Eye creates für uns? Ist das was Hell ist? Ein Welt, um von Senua's Nightmares? Ja, sie hat eine andere. Das ist sie alles selbst. Das ist sie alles selbst. Wir tun uns selbst leid. Ja, das wissen wir ja. Super, ist das Schwert jetzt zerbrochen. Da. Da. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this, or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory. A feeling. A song. A song. A song. Die Hauptfrage ist ja, ist das alles überhaupt real? Hat sie jetzt wirklich ihr Schwert zerbrochen? Die Hauptfrage ist ja. Nicht so. Es ist nicht real. Es ist ein Trick, nicht信心. Vielleicht bist du schon wieder tot. Wer bist du? Du glaubst mich nicht. Nein. Es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Es ist nicht möglich. Es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Es ist ja alles in my mind. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Oh Gott, du verletzt dich. Glaubst du da noch irgendwas? Was ist das denn? Warte mal. Jetzt stimmt die Stimme nicht bestimmt. Ich hab ja Lagerfeuer gemacht. Okay. Okay. Die Norden erzählen von einem großen Heroin. Sein Name ist Sigmund. Sein Vater der Halle war über einen großen Baum. Und ein Tag, Odin kommt und wird ein Wälder in den Baum gebracht. Ein Wälder zu jemandem kann erneut. Viele versuchen, aber der Wälder kommt nur an Sigmund's Herz. Sein Bruder, King Siggy, will es. Aber Sigmund erinnert ihn. So, King Siggyr plötsen Revenge. Er erinnert Sigmund und seine Brüder zu einem Feast. Und wenn sie hierher kommen, sie werden mit einem Arm. King Siggyr erinnert Sigmund und seine Brüder, erinnert seine Brüder in Wälder, und erinnert sie für den Weg. Erinnert Sigmund und seine Brüder und seine Brüder sind sicher. Aber der König ist Sigmund's Frau, und sie begs für die Merse, und erinnert sich für den König, um sie zu schaden sie zu schaden. Er agrees, aber nicht für die Merse, und erinnert sich, um sie zu schaden. Sie schaden, um sie zu schaden, und sie 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 zurückführen, nach 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 nach, bis sie nur Sigmund ist. Ja was? Ah cool, sagt er nicht. Also das sind ja auch Erinnerungen, er hat die Geschichten erzählt, Sie erinnern sich nicht jetzt Sie sind doch hier ganz klar auf den hier, der Mensch Sie sehen für den Körper, das ist alles so... Sie sehen, dass sie sich in den Körper, sie in den Körper verletzten. Sie wünschen, dass sie fleetingen Momenten der Licht, um sich zu lassen, für immer. Als die Sie-Wolf licks die sweeten Hügel von Sigmund's face, he bites die Wolfe's tongue. Die Sie-Wolf pulls away, Aber Sigmund hält es, die Chains brechen und er ist frei. Nach seinem Erlebnis, Sigmund lebt wie wir, in den Fortschritten. Sein Schiff, der König Sigir, der ihm tot ist, ist, als seine Frau, die sich nicht verletzt. Und die Vengeance desistiert. Even die Sigmund, die sie nicht verletzt. So sie senden ihre Sons zu Hause. Okay, also... Die Geschichte interessiert mich jetzt mal gerade weniger. Okay! Die hat doch echt einen Fuss, ey. Wenn die wirklich das sieht... Entweder ist da wirklich krasse Magie im Spiel, oder die haben... Tiefsektig! Und jetzt soll die ja unterm Baum sein, ne? Das ist so... Metapher-mäßig würde ich fast sagen. Das ist alles eine Sache der Einstellung, ne? Was ist dein Name? Senua. Ich habe dich gesehen. Ich bin nicht... Ich bin nicht nach Hause. Oh. Senua's daughter. Ich habe zu gehen. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your swords. You can't put it into words. That moment. When you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill his love. You have a wenig. Will you still go back to? High five. Stay still. Stay quiet. Hide. Don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever has left of him, they will never let him go. I'm not going to let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. Der eigene Kopf kann manchmal der größte Feind sein. Alter, ich hoffe, dass... Was hat hier die Palette? Der eigentlich nicht gestorben wird dort sein. Ach, vielleicht muss ich hier interagieren. Da muss A drücken, stimmt. Ja. Ist ein Schwert dran, das sieht man so gar nicht. Oh Mann, ey. So erschreckst du sich das schon wieder. Was ist denn jetzt kaputt? Ich hab das Schwert nicht genommen, das ist nicht gut. Super klasse. Ich muss das Schwert jetzt nehmen. Wäre besser, ne? Das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Ein großer Wurrührer kann Reforge Graber bei meiner Antworten auf die Trials von Odin, eine für jeden Schad. Die Rüten des den Trevi der Death werden dich zu neuen Lands wo du dich auf die Trials verletztest. Geh es nach den Schadern. Geh es nach den Schadern. Geh es nach den Schadern. Was ist die Schadern? Findet ihn. The Metal Runes ist es? Okay. Ja, das weiß ich, das musst du mir nicht sagen. Er sprach fairer Worte, er gab fairer Juden. Licht schien von ihm, nur gute Dinge wurden von ihm gesagt. Doch er war der erste von den Gottes, um zu sterben. Jetzt habe ich hier einzelne Prüfungen. Das ist sauber. Ach, ist das schön. Wenn wir wohl heute nicht alles shoppen, dann wäre es schon etwas größer. Es gibt zwei Gründe, drei, drei, zwei, 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 drei. Ich hoffe, nichts. Der Brot. Du hast so weit gekommen, aber der Brot ist verbringend. Ich bin scheiße. Ich kann das hier runterschubsen. Was? Nein, 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 nein. Ja, das ist alles. Oh. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles in ihrem Kopf. Habe ich doch schon lange gemacht! Guck mal, die ganzen Wege hier bereit. Sonst würden die ja hier wieder rumflackern. Ist ja schade, ich müsste... Da auch! Ich fang auch schon so an zu stottern wie die hier. Ja, da muss ich bestimmt gleich nochmal in die Maske gucken und wenn es dann geht. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal. Es ist ja schon mal, es gibt noch die Maske gucken. Es gibt noch die Maske gucken und die Maske gucken. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow, neither weapons nor wood. So now let's look at it. Everything looks bad again. But the way they are still. But there is no place to be guaranteed. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It's not safe. Dillian. Dillian. What are you waiting? Where is he? We're in the wrong world. He's not here. He's in the other world. He's in the dark world. The dark. The dark world. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senu explored new paths into the unloved. You can't. Not in this world. I saw that she was strong in this world. You can't. You must. You must. You must. Was ist das für mich? Do you think she remembers him? Dillian saved you. Dillian cared for her like no one else does. Dillian's feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldr, striking her with sword and axe. But he comes to know all, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldr's mother, Is it really true that all things promise to keep him safe? Could she trust you? I did not ask the mistletoe, Baldr's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. The one fall from the sunlight. Who is in the other world? He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. Do you remember meeting him beneath the tree? The other world? The dark world without you. Manchmal reden die gar nicht mehr manchmal, ne? Sagen die einem alles vor, was man gar nicht braucht. The dark world without you. Oh. Oh. Yeah. I guess that's cool. Yeah. I guess that's cool. You kill the things that are most precious to you. There he is. Where are you taking them? He's up there. How do you get there? There's a way. So that's what's the end of this doesn't bark. They really sang how we are man claiming to play. They said, like, what? They want to make me all this, Danny. Jump. You are guilty.